Jetzt geht es ja gerade los. Der Zug fährt jeden Moment in das fete Vignero. Heutzutage steht es ganz im Tag vor dem Wallis. Die Aprikosen werden gekehrt. Das steht wirklich viel auf dem Programm. Und Wiener kann jetzt mal mit dem Zug mit und gehen wieder runter. Und I'll ask what have we done under the sun. Die Aprikosen werden gekehrt. Die Aprikosen werden gekehrt. Die Aprikosen werden gekehrt. Die Aprikosen werden gekehrt.